Fußball-Transfer-Gerüchte heute, verliert Leverkusen-Trainer-Sportchef? Wir fassen für euch diese und jene neuesten Transfer-Gerüchte des Tages aus aller Welt ganze zusammen, 15. Ein Anblick in diese und jene Fußball-Gerüchte-Küche. November Das sind diese und jene neuesten Transfer-Spekulationen an dem 15. November. Schabbi Alonso hat diese und jene Abstimmung getroffen, Bayer Leverkusen an dem Saisonende zu trostlos und sie bereits einigen Spielern mitgeteilt. Meistercoach kann diese und jene Werks-Elf-Ablöse frei trostlos. Auch zusammen mit Alejandro Grimaldo ist ein Verabschiedung 2025 beschlossene Sache. Nach dem Verabschiedung von Sportchef Edu sucht Arsenal einen Nachfolger. Simon Rolfes steht am Werk zusammen mit den Gunners auf der Liste. Neben dem Leverkusener Sportchef werden wenn schon die Säse und jene Namen Roberto Olabe, Real Sofiedad, Thomas Rosicki, Sparta Prag, Thiago Scuro, AS Monaco und Tim Steichen, West Ham United, gehandelt. Der FC Bayern ist bereit, eine beispiellose finanzielle Anstrengung zu unternehmen, aufgrund dessen Jamal Musiala in dem Verbundigung zu halten, und bietet ihm einen neuen Kontrakt an, der ihn darüber hinaus dem Harry Kane zu einem bestbezahlten Spieler des Vereins verüben würde. Leon Goretzka würde einen Austausch in dem Januar in Betracht ziehen, aufgrund dessen mit höherer Wahrscheinlichkeit Spielzeit zu erhalten. Dazu passt, dass der Bayern-Reservist seinen Berater gewechselt hat. Der BVB hat PSV-Defensiv-Allrounder Oliver Boscoagli in dem Visier. Der Kontrakt des 26-Jährigen in Eindhoven läuft 2025 aus, in dem Winter könnte er für kreisförmig 10 Millionen Euro erhältlich sein. Neben Dortmund zeigt wenn schon Brighton Interesse. Der FC Barcelona hat wie Ausuferung für die Sese und jene Offensive, wenn schon BVB-Angreifer Daniel Mahlen in dem Anblick, der Dortmund spätestens in dem kommenden Sommer trostlos möchte. Ibrahim Martha hat seinen Kontrakt zusammen mit der Hertha wohl so lange bis 2027 verlängert, sich am Werk aber eine Ausstiegsklausel vorbehalten lassen. Diese liegt zusammen mit einem Sockelbetrag von 9,5 Millionen Euro positiv Boni. Neben West Ham United zeigt wenn schon der VfB Stuttgart Interesse. Auf der Liste haben Martha wenn schon Bayer Leverkusen wenn Atletico Madrid, Olympique Marseille, Brighton, Leicester und Brentford. André Silva und Eljiv Elmas zu tun sein RB Leipzig in dem Winter trostlos. Bei Yusuf Poulsen ist ein schneller Verabschiedung dagegen unrealistisch, in dem kommenden Sommer könnte der Stürmer zusammen mit einem Top-Sonderpreis-Dito gehen. Anthony hat nicht die Sese und jene Absicht, Manchester United zu trostlos, und berichte extra ein mögliches Tauschgeschäft mit dem Flamengo-Teenager Lorraine sind ein gutes Stück hergeholt. Ballon durchstrahlender Sieger Rodri würde eher zu einem FC Barcelona wie zu Real Madrid wechseln, sollte er Manchester-Stadt-Mitte trostlos.